hallo und meine ich habe mir was vorgenommen da ich ja jama gehauen habe und der slimy deswegen darunter gelitten hat habe ich mir richtig kraft ein paar boote so fennig holz ja holz habe ich das bruder dmc was bot stehen ach so ach ach wie geil dann machen wir das doch mal da kurz rein so viel zeug hier so ein bisschen viel gemacht aber okay dann was viel macht das geht nicht so und ich kann den gar nicht füttern die hier er kann vielleicht nicht in fütterung du kannst ja auch gerne bekommen ja die sind irgendwie verschwunden ich sie raus werfen sind sie weg jetzt sind sie auch ich seltsam jetzt wird ein boot wollte er jetzt wo noch gold was er wollte nur ein einziges boot jetzt wird er gold und ich und du hast glaube ich keine imc jetzt wird fisch gebraten habe ich nicht glaube ich ich habe das ist schon mal schön dann kann ich was ich versuchen will weitermachen sehr schön und jetzt will er repeater was der alle will vor allem wie verdaufte der das alles ich meine gold ist ja dafür bekannt dass es praktisch nicht nur auf jeden fall zu schmecken noch einen braucher und der der brauche nochmal repeater doch ich dich damit kann ich ihn nur züchten wie den züchten was war das denn jetzt gerade ich habe keinen anderen zum züchten irgendwie habe ich gerade grafik back ich habe keinen zweiten zum züchten meter das geht nicht ach so dass das nur zum züchten ist aus dem züchten immer mehr zum vermehren und vermehren wieso habe ich denn als grafik back sehr du ich kann hier durch das boden gucken zwischendurch ich nicht ich auch nicht vielleicht muss du dich machen nein nicht hauen seltsam da ist es wieder mit das hat x-ray und versucht es jetzt so zu verschleiern das aus versehen der folge angemacht hat da hinten ist was grünes unter der erde wo denn da hinten irgendwo hat er mal in dieser richtung gucken ob das da auch geht dass das da gehe ich jetzt mal hin das grün ist nochmal dafür stimmt wir wollten ja in dieser folge in fernzünder machen weil wir diesen krater noch mal machen wollten jetzt zeigt mir das nicht mehr alles wechsel weiß ich nicht weil sie geht auch nicht auswendig dass ich meine deck von diesen nukes kaputt gegangen nämlich halte ich wollte jetzt gar nicht mehr verbauen aber funktioniert gut nicht aber wir wollen das auch noch fertig bauen hier so weit ich weiß auf dieser seite muss ja auch das heißt wenn ich ab und zu ranzoomen weil normalerweise rennt man in den neueren versionen so aber das ist ja noch nicht mal einsacht ihr das heißt warte mal was habe ich denn noch alles das finde ich jetzt habe noch ein bisschen glas jetzt sind wir mindestens so weit entfernt wie wir es unbedingt abstand halten müssen ich fliege mal doppelt so weit weil ich habe jetzt ja ein paar mehr wenn man gerade gucken das ist bist du eigentlich rote materie und was brauche ich noch davon habe ich eigentlich auch noch genug denke ich das dachte ich mir glas brauche ich also was macht das haus weiter bauen warum damit schicker wird dafür hast du so eine diamond wand mit glas so genau dann komm mal bitte her doch ich habe eine schöne coole gefunden weil das war ein bisschen wenig glas noch was wir hatten so nein nicht wieder einschmeißen dass man hier so das betten damit füllen aber oder sowas daneben weil sonst sind gleich wieder tut was wird ach du hast hier so ein portal gehauen ich bin nur gerade am überflogen aber dafür funktioniert nicht wir müssen doch eine redstone spur hinlegen ja dann brauche ich dich ja noch mal ab kurz dann kann man nämlich dass wir da drüben die gleiche wegen hier ich theoretisch kennt mal ab 1 2 3 4 das haben wir dann natürlich das falsche partei geworfen das finde ich jetzt schade also 1 2 3 4 5 es ist soweit ich weiß diese ganz großen raketen funktionieren da wurde auch der abschissbasis in der oberwelt haben 14 nicht mal 18 nicht wir haben schon ein okay ich bekomme das eine teil dafür nicht gefertigt die mobile abschiss rampe 3 8 die mobile abschiss rampe die ist doch auch sehr viel die kann aber die brauchst du für den laketenwerfer sind 18 genau hier müssen wir dann runter dann habe ich dich alle wieder ein schwachsinnige sicher mache ich will ja eigentlich nur zeit schinden da muss ich doch nicht gleich so abstand schinden auch noch zwei steaks dabei erhalten aber nicht von diesen dingern an dem netz an das redstone platzieren weil ich habe da jetzt am anderen ende bestand block warte mal ok opfern wir ein bisschen glas ich habe gar keine andere wahl ein repeater eingespeichert ich hier auf die gleiche ebene kommen das stimmt also das stimmt dafür stimmt aber das nicht vielleicht sind wir wenn man die ersten es so machen dass wir auf jeden fall bis runter kriegen und dazwischen noch welche türen das wieder weg wie heißen denn die dinge auf deutsch so wie peter verstärker glaube ich ist grenze ich habe ich wirklich nicht eingespeichert schade redstone fackel so genau stein dann gefunden das mal hier rutsch dein witz warum haben die denn die weste und fackeln nicht rutsch ein fünftel genannt ja das ist klar irgendwas in das stimmt aber auch nicht ich habe noch eine redstone um ich sehe ich sehe ich sehe ich kann man hier aber hier hier ist eigentlich dass sie die seiten sind ungleich ich weiß ich gesagt das hat man weiß ich sehen das ist schon habe ich auch dass wir uns hier das letzte mal die ganze zeit zu sagen aber 1 2 1 1 2 3 4 das stimmt also muss man da hier das hier muss eins nach außen das muss eins nach außen das heißt wir müssen hier als die karte müssen wir uns schnell verziehen das ist das hier hast du zufällig ein jungler oder mit dann können wir uns noch weiter verzichten nein leider nicht so auf jeden fall sind die jetzt alle hier dass sie mal den jetzt hier mal ab wartet gleich wenn ich hier habe ich muss mal gucken so ich habe hier unten 1 2 3 4 und den haben nach hinten gezogen das ist der das heißt hier 1 2 1 2 3 4 das heißt den muss ich annehmen der da ist falsch habe ich den da hinten machen weiter rein dafür schützt sind die wo wir schon schauen oder bauen kann ich habe einen eingespeichert sollte die passen ok du mal die vier von mir weg halten nicht jetzt also ich muss mal gerade gucken irgendwas stimmt hier nicht optionen grafikeinstellungen und signal runtergekrochen nein gut so sicherlich erstmals dafür kriege ich diese malen qualität nach geht es es geht ja wirklich mit dem machen wir alle jährigen an vielleicht hilft das ja was anti aliasing heißt es nicht anti aliasing ja irgendwie wird es anders ausgesprochen werden es ist nichts das geht trotzdem weg irgendwie dafür am ende ist mit jetzt immer noch in seinem komischen spaß da bin ich ja auch keine ahnung was er ja eigentlich tut ich habe noch ein steck ja keine ahnung woran das liegt an dir ja möglicherweise an wem denn sonst ja weiß ich ja nicht wieso 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 nein komm her so da wie hast du irgendeine art fluchtmöglichkeit gibt gefunden weil ich habe jetzt verbunden und wenn ich jetzt hier los startet dann hinten dann macht es gleich auch rum wieder ich kann einfach ein portal hier hinschmeißen hast du schon das war falsch ja das war falsch wie weit geht das weg nicht das zu weit ist und dann der chunk nicht geladen ist das geht bis zur base könnte mir jemand beim abbauen helfen wenn du pech hast dann helfen wir dir beim abbauen nein 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 nicht so so darf ich ich mache jetzt okay das dauert trotz dieses mal hier echt lang was was baut ihr eigentlich gerade zwei stecks von diesen ja das müsste noch geladen sein gut das ist aber das sieht ja auf dem minimap gar nicht mehr so weit weg aus ja vier stecks ja ich hatte auch zwei ich hatte nur ein ach so dann drei dann geht es ja noch ja das müsste schon weit genug weg sein also jetzt sprengt bestimmt schon würde ich sagen ich meine so lange dauert das signal auch nicht aber das hätte man ja schön machen können dass man das ja so sieht auf dem minimap wie das signal dass er lang kriegt oder nicht so gut macht hört man irgendwas knallen draußen was ich höre nichts noch nicht oder ich würde sagen wir bewegen uns jetzt mal langsam darauf zu meine muss ja nicht unbedingt getroffen werden von diesem spaß aber verstehst du was ich meine was macht ihr da ich mache mir sorgen wenn du glück hast kommt nichts zu dir durch wenn du ein bisschen pech hast darfst du hier von anderen an der basis reparieren bitte keinen blödsinn machen das wäre blödsinn machen würden mythos ja kennst du uns doch ja genau dafür ja irgendwie habe ich angst weil ich bin jetzt schon ganz stück nah dran und es ist irgendwie nichts passiert das ist richtig ich glaube ich anfängt ich bin ja wieder bei der basis 134 so die linie muss definitiv durchgezogen werden lebst du noch dafür ja ich lebe ich bin wieder sehr 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 schnell weg geflogen und da habe ich glaube ich noch einen drauf genau so ist das vielleicht müssen wir tatsächlich das nächste mal junk loader mitnehmen ja da warte mal die junk loader reichen die vielleicht sogar so weit was das sieht man dann mache ich jetzt mal ein und versuche dem mal dass der dorthin reicht das wäre natürlich sehr gut gut geschaffen haben die wir nicht rein dürfen ach junk loader hier genau das ding alles perfekt alles funk zuklappselt da muss ich dann sehen dass ich das dach das ich hier baue dann da drüben dass es beides so näher an die ich mal nicht oder war da noch schuhe die davon fliegen ich bin auch mal schuhe die davon fliegen was radios ganz hoch drehen und square show lasers ob das reicht nein und irgendwas stimmt echt noch ein stück mehr was das warte mal nein ich bin irgendwie feige gerade du schmeißt es mir das aus ich meine ich muss ja nicht mal allzu nah ran aber ich muss innerhalb von zehn chance und das sind noch ein paar oder ist vielleicht schon gerade ist es vielleicht schon vorbei also auf der mini map hat sich ein kleines ding schon das ist schön ganz ganz kleinen das nächste mal machen wir dann zwanzig steaks mit jank lauter da bmc da kannst du nicht mal gemacht hast du tisch mit mir das wasser ist an an tisch ich glaube ich sogar einstecken haben brauche ich bis zum bedrocknen unter das ist aber auch eine ex plus hier ins kraft das war auch aus ja ich habe natürlich davon den sinnvollen screenshot so hier in etwa es geht aber ist ja noch schon am ende angekommen es ist schon wieder geil und ich bin nicht wirklich vorangekommen das ist sicher ist hart hast du ein tisch nichts anstechen das ist noch korrekt hat den tisch mit ja ich habe 18 einstecken das ist auch noch die leute ok ja und wir können ja jetzt wir können ja hier wieder werbung machen was ach so wegen patria das die zwei irgendwie scheint die bei dir das sehr inaktiv zu sein bei dir da auch bei mir haben mindestens 30 leute gesagt dass das machen wollen aber erst mit mutti reden müssen ach so ganz das taschengeld ausgeben wie es ja manche angekündigt haben leute nein 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 bitte nicht das ganze taschengeld ausgeben also wir wollen euch nicht aus den röpfen ausnehmen wie auch immer daran ist uns beim besten willen nicht gelegen wir wollen lediglich ja oder wir wünschen uns zumindest eine kleine unterstützung und keine keine ausbeute dass das ist nicht unsere art also es wäre lieb wenn ihr helft dass der jammer was zu essen hat aber es muss auch nicht sein dass er den jammer mästet das ist tatsächlich ein verdammt guter vergleich aber tschüssi jedenfalls weil wir müssen noch eine folge machen okay ich sag auch bis zum nächsten mal und tschüss